Ich dachte, die wären siamesische Zwillinge, die sahen so aus auf dem einen Bild. Oh, wie lecker. Oh, wie lecker. Oh, lecker. So ein kleines Haus am Ende der Welt. Ein Strandspaziergang würde nicht lange dauern. Scheinbar lebt hier jemand. Sie haben einen Kamin. Das war eine seltsame Frau. Ich mag die blaue Rose. Ich habe noch nie eine Rose im Meer gesehen. Bestimmt irgendeine alte Geschichte. Vielleicht gab der Mond ihr die Rose, weil er sie liebt. Die beiden sehen auch so glücklich aus. Ihre Gesichter kommen mir bekannt vor. Sind das die beiden Mädels, die wir unten bei der Chirurgie gefunden haben? Sind das die beiden? Ich bin mir nicht sicher. Könnte es sein? Sind das die beiden, die wir unten in der Chirurgie gesehen haben? Aber wie hätten die uns hierher bringen sollen? Dieser Kuchen sieht verdammt lecker aus. Ich könnte den ganzen Kuchen essen. Schokoladenkuchen. Mein Lieblingskuchen. Soll ich? Vielleicht nur ein bisschen. Mh. 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 Lecker. Vielleicht noch ein bisschen? Mh. 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 Süße Süßigkeiten. Ob das gut ist, dass wir einfach Kuchen essen in einem Haus, wo wir vermuten, dass die beiden Frauen tot sind? Lecker und wunderschön. Mh. Mit Karamellsoße drüber. Zucker in vielen Farben. In der Teekanne ist gar kein Tee. Das ist nicht meine Tasse. Ich werde es nicht benutzen. Hier steht auch nur ein Stuhl. Hier sind überall Bilder von Zwillingen. Aber hier steht nur ein Stuhl. Also vielleicht die Mutter oder der Vater. Und die beiden sind wirklich in der Klinik unten. Eine Vase, um Blumen reinzustellen. Da ist Asche drin. Die kann ich ja rausschmeißen. Eine Blumenvase mit Asche drin. Ein seltsamer Samen. Ich frage mich, welche Blume daraus wachsen wird. Salz und Pfeffer. Gut, um leckere Suppen zu würzen. Gemütlich und warm. Ich könnte hier Dinge verbrennen. Dinge, die ich nicht brauche. Zum Beispiel Frau Doktor. Aber man weiß ja nie, wann man diese Dinge braucht. Wie zum Beispiel Frau Doktor. Feuerholz, das darauf wartet, verbrannt zu werden. Jetzt verstehe ich, was der Hirsch im Krankenhaus wollte. Er wollte seinen Kopf nicht repariert haben. Er wollte, dass sein Kopf an der Wand bleibt. Ich Dummerchen. Ist das hier ein fliegendes Schwein? Ich frage mich, ob ein freundliches Tier mit uns fliegen würde. Das wäre eine neue Erfahrung. Nicht, dass ich keiner hätte. Also neue Erfahrung. Eieiei, bevor wir hochgehen. Hä? Hä? Wie? Hä? Wir sind ja ganz woanders. Oh. Du hast es scheinbar gemütlich da, kleines Baby. Hat deine Mami dich fallen lassen? Sie hat das bestimmt getan, weil sie krank war. Es ist nicht deine Schuld. Sind das hier Abtreibungen im Brunnen? Du wirkst frisch. Lebst du noch? Du bist ein kluges kleines Baby. Du hast deine Plazenta mitgenommen. Die Plazenta ist wie ein Jetpack aus Blut und Nährstoffen. Freunde, es geht nicht. Hallo, kleines Baby. Was machst du hier? Niemand liebt dich? Aber du bist doch so hübsch. Ich mag dich. Immerhin bist du an der Wand wie ein Bild. So kann dich jeder sehen. Eine geheime Flasche mit einem Geheimnis drin. Ich bin gerade sehr neugierig. Was könnte es sein? Okay. Das ist schräg. Das hat ja nichts mehr mit dem Haus hier zu tun. Okay. Wir sind immer in diesem Raum. Da ist die Flasche. Verstehe. Ich habe die gerade gar nicht gesehen. Hier fehlt wahrscheinlich ein Stein. Ich komme da nicht hin. Ich brauche eine Brücke. Mit Stufe. Nein, das geht nicht. Wir brauchen vielleicht tatsächlich ein Brett oder sowas. Was passiert, wenn ich... Nur mal aus Neugier. Wir sind hier wahrscheinlich dann auch in dem Loch, oder? Ja. Wenn ich weiter diese Pillen fresse, dann ist doch auch mal irgendwann vorbei mit der Kleinen. Der Metabolismus muss doch schon völlig geschädigt sein. Ein Monster, das Ziegen mag. Die Ziege sieht wütend aus. Ich glaube, sie ist kitzlich oder genervt. Ein Besen, um wegzufliegen. Oder um sauber zu machen. Oder vielleicht um eine Brücke zu sein. Die Schwestern. Sie sehen sich so ähnlich. Rosa und blau. Genau gegensätzlich. Die Schublade ging auf. Mal sehen, was drin ist. Schwarze Kerzen. Um die Dunkelheit zu beleuchten. Mhm. Die Schublade ist jetzt leer. Eine gemalte rote Rose. Hm. Oh, eine Leiter. Vielleicht ist Mr. Midnight da oben. Wie kamen die denn jetzt da ran? Ich sehe hier einen fiesen Hasen in der Ecke. Ich fasse nichts an, bevor ich sehen kann, was es ist. Und ich sehe einen goldenen Käfig. Hatten wir nicht irgendwas mit Käfig? Und ich sehe ganz viele Puppen in der Dunkelheit. Uah. Bestimmt geht die Lampe kaputt. Nein, doch nicht. Das ist ein großer Regenschirm. Herr Ratte, es ist Zeit aufzustehen. Vor einer Weile habe ich eine andere Ratte kennengelernt. Herr Ratte, sind Sie müde? Hallo. Hm. Die Spielzeuge auf dem Dachboden sind immer so traurig. Sehr verständlich. Ich möchte nicht auf dem Dachboden versauern. Ich mag mein Kleid. Aber die sind auch schön. Sind das nicht die Kleider der Schwestern? Ich glaube, die brauche ich nicht. Ich hoffe, niemand steckt hinter der Maske. Ganz viel Kleinkram. Ist das der Kopf eines Engels? Auf einem Dachboden findet man immer merkwürdige Dinge. Hm. Da ist die Route. Die kann ich... Und das Bild ist auch gruselig da. Äh. Äh. Oh, schauen wir mal. Die Schwestern. Sie haben die gleiche Jacke wie ich im Krankenhaus. Aber wenn es Schwestern sind... Warum sind sie so alt? Also wenn es... Vor allen Dingen, wenn es die Schwestern sind, warum sind die plötzlich so alt auf dem Bild? Und warum haben sie auch plötzlich die Krankenhausjacke an? Eine hübsche Puppe. Ich mag ihren Haarschnitt. Ja, das glaube ich. Warum sitzt du hier, kleine Puppe? Es gibt auch so viele Puppen zum Spielen. Aber ich werde mit keiner von ihnen spielen. Die sehen gruselig aus. Ein Hut? Ein Hut. Ein Skorpion. Skorpione mache mich nervös. Sie haben immer ihren Hintern hoch oben, um die zu stechen. Vielleicht ist es ein Sternzeichen. Aber ich bin Schütze. Füchschen. Oh nein. Ich wünschte, ich könnte dich da rausholen. Was haben die für ein Problem? Armes, kleines Füchschen. Ich hoffe, eines Tages finde ich einen lebenden Fuchs zum Reden. Mr. Midnight? Bist du hier? Kätzchen? Miau. Ob das? Ich glaube nicht, dass das Mr. Midnight ist. Du bist es. Oh mein Gott. Mein geliebter Freund. Ich habe dich gefunden. Hä? Fran, bist du es wirklich? Oh man, endlich. Ist er es wirklich? Ich bin es. Komm näher. Lass mich dich ansehen. Oh oh. Oh. Oh Fran. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich habe dich sehr vermisst. Hab von dir geträumt. Und hier bist du. Danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Mr. Midnight. Und ich habe dich wirklich vermisst. Oh, liebe Fran. Wie hast du diesen Ort gefunden? Als diese Leute dich in den Wald fortgeschleppt haben, habe ich versucht, ihn zu folgen. Aber ich habe mich verlaufen. Meine Sinne waren zu schwach, um dich zu finden. Ich habe versucht, was Futter zu fangen, um mich zu erholen. Aber etwas ist passiert. Jemand, jemand nahm mich und steckte mich in diesen Käfig. Oh mein Liebling. Ich werde diesen Käfig öffnen. Wir müssen zu Tante Grace. Fran. Ich bin sehr müde. Ich wünschte, alles wäre nur ein schlimmer Traum. Alles wird gut werden. Wir müssen nur hier raus. Fran. Kann ich dich etwas fragen? Klar, Mr. Midnight. Was ist los? Hast du... Hast du meine Präsenz in deinen Träumen gespürt? Ja, habe ich. Du hast gesagt, ich soll die Medizin nehmen und dich finden. Welche Medizin, Fran? Ich habe nicht wirklich mit dir gesprochen. Ich glaube, jemand hilft uns zusammenzufinden. Jedes Mal, wenn ich von dir träumte, fühlte die Präsenz von etwas anderem. Fühlte ich die Präsenz von etwas anderem wahrscheinlich. Wirklich? Was für eine Präsenz? Ich würde sagen, es war nicht menschlich. Aber es war sehr friedlich und nett. Nun, was auch immer es ist, es ist gut und es führte uns zusammen. Fran, hast du das gehört? Hast du... Da war was. Oh, schau mal. Ich versuche, den Schlüssel zu finden und dich zu befreien. Ich liebe dich. Los, Fran. Bitte hol mich aus diesem Käfig. Finde den Schlüssel. Eine Hasenpuppe. Wartest du auf Ostern? Legst du Eier oder klaust du sie von einem Huhn? Und wie werden die Eier zu Schokoladeneiern? Die Schuhe da sind mir zu groß. Alter, was? Alter Schwede, was? Oh, hallo kleine Babys. Wer hat euch zusammengenäht? Sieht so aus, als ob es weh tut. Nicht weinen, ja? Ihr solltet lächeln und nett sein. Zeit zu schlafen. Das war doch bestimmt... Irgendeine wahnsinnige Mutter, die ihre beiden Zwillinge... Von der sie hier überall Bilder aufgehangen hat. Die dann irgendwie im Heim waren. Und dann haben die da irgendwie ihre Lobotomie bekommen. Warum das aus ihnen wurde, weiß ich auch nicht genau. Und ich versuche, die alles genauso herzustellen. Und... Alter. Was passiert mir nicht hier? Okay, da weiß ich Bescheid. Also keine Mutter. Oh, ich hab mich erstreckt. Ich dachte, hier lebt niemand. Da bist du ja. Wir haben auf dich gewartet. Wo ist... Dein Kopf? Mein Kopf? Mein Kopf ist genau da, wo er hingehört. Du, der Schatz aus einer anderen Welt. Wer würde uns schon glauben? Tut mir leid, aber... Ich verstehe kein Wort. Freien Bau. So heißt du, oder? Und deine Mutter und dein Vater starben tragisch. Sehr brutal. Richtig? Und jetzt willst du unbedingt wissen, wer sie getötet hat. Richtig? Langsam, langsam. Woher wisst ihr das alles? Wir wissen es einfach. Wir müssen. Wir sind Teil dieser Welt. Aber sei nicht traurig. Jedem passieren schlimme Dinge. Ständig. Ich wünschte, mir wäre nichts Schlimmes passiert. Ich fühle mich so verloren. Verschwende deine Wünsche nicht. Such nach Lösungen und Antworten. Das sollte ich tun, aber... Mami und Papi kommen nie zurück. Trink etwas Tee und iss etwas Kuchen. Dann fühlst du dich gleich besser. Danke, aber ich muss wirklich wissen, wer hat euch diese schlimmen Dinge über mich erzählt. Hast du Angst, kleine Fran? Ein bisschen schon. Es ist komisch, wie ich hierher kam und das Gespräch verwirrt mich. Du hast noch nicht nach deiner Katze gefragt, Mr. Midnight. Das ist sehr seltsam für ein Mädchen, dass eine Katze mehr als alles andere liebt. Und dennoch bist du ganz ruhig, als du ihn am Käfig fandest. Hungrig und verängstigt. Sollten wir nicht vor Furcht vor dir zittern? Ich liebe ihn und darum bin ich hier. Ich wollte nicht unhöflich sein. Du willst ihn zurück? Ja, bitte. Ich möchte ihn wirklich zurück. Er ist mein bester Freund. Bevor wir ihn befreien, erzähl uns, wie du hierher gekommen bist. Eine lange Geschichte. Ich floh von einem Ort. Ein hässlicher Ort. Sie öffnen die Köpfe von Kindern, um zu sehen, was nicht stimmt. Phil hat mir ein Geheimnis verraten und ich war clever genug herauszufinden. Und dann kam ich in den Wald und traf eine riesige Ameise und ich tötete einen Käfer und das war schlimm. Und dann traf ich eine Ratte, die ihre Haare gemacht haben wollte. Und dann machte ich eine Tür und diese Tür führte hierher. Aber als ich durch die Tür ging, geschah irgendwas. Ich erinnere mich an nichts. Zah, ich habe eine echte Kiefernzapfenfamilie gesehen. Das war aber bevor ich hierher kam. Sie leben in Mr. Antonios Haus. Also die Riesenameise. Sie mögen Beeren. Ah, und ich sah fliegende Insekten, die in Bäumen festhinken, weil sie langes Haar haben. Das war auch im Wald. Und jetzt bin ich hier. Und ich suche Mr. Midnight. Das war ja ein Abenteuer. Wie alt bist du, Fran? Ich bin zehn Jahre alt. Aber bald werde ich elf. Und ihr? Wir sind 16. Viel älter als du. Also musst du uns gehorchen. Ich will euch nicht gehorchen. Ihr will... Ich will euch nicht gehorchen. Ihr könnt mir nicht sagen, was ich zu tun habe. Du hast noch nicht nach unseren Namen gefragt. Das ist sehr unhöflich. Und du solltest nicht ohne Erlaubnis in einem Haus herumlaufen. Bist du dumm? Ein dummes, kleines Mädchen ohne Familie? Aufhören, bitte. Tut mir leid. Ich wollte nicht unhöflich sein. Weinst du? Denn wenn du es tust, bekommst du Ärger. Wenn du nicht genau das tust, was wir dir sagen, werden du und deine Katze sterben. Verstehst du das? Weißt du, was das ist? Sterben? Weißt du, was der Tod ist? Ja, ich tue, was immer ihr verlangt. Gut. Jetzt hörgut's. Du musst einen kleinen Zaubertrick mit uns machen. Magst du Zauberei? Ja. Anni hat auch gezaubert. Aber sie hatte keine Ahnung, wie es wirklich geht. Wie auch immer. Diese Zauberei ist sehr stark. Sie ist entsetzlich und gefährlich. Hier ist das Rezept. Sei vorsichtig und genau. Sonst können schreckliche Dinge passieren. Was? Den alten, verlorenen Jungen beschwören? Warum könnt ihr es nicht selbst tun? Wir können es nicht tun. Es würde uns töten. Weißt du, wir waren nicht immer so. Wir waren einst zwei verschiedene Menschen in verschiedenen Körpern. Ihr meint, ihr wurdet nicht so geboren? Eines Nachts vor langer Zeit erschien etwas vor unseren Augen. Wir hielten es für einen Engel, aber es war keiner. Er entschied, dass wir auf ewig zusammen sein müssten. Er verfluchte uns, so zu sein. Wir haben nie verstanden, warum. Wir haben einen Spruch, um ihn zurückzuholen. Aber das tun wir später, wenn wir nicht mehr zusammen sind. Und wir zeigen ihm, dass er machtlos ist. Und er wird es bereuen. Das klingt schrecklich. Ich tue mein Bestes, euch zu helfen. Wir werden einige Dinge sammeln, die du für das Ritual brauchst. In der Zwischenzeit kannst du mit einer Katze sprechen gehen. Aber wir lassen ihn noch nicht frei. Wag es nicht, den Käfig zu öffnen. Wenn du uns hilfst, helfen wir ihm. Danke. Ich gehe und spreche mit ihm. Und Fran? Siehst du diesen Schlüssel? Kannst du dir vorstellen, was man damit öffnet? Kannst du? Du dummes, dummes Mädchen. Ich kann mir nicht helfen, aber ich mag die beiden irgendwie nicht. Der Schlüssel öffnet natürlich den Käfig. Den alten, verlorenen Jungen beschwören. Verlorene in der Dunkelheit. Verlorene Tränen. Dein Körper wird zur Lüge durch die Hand des einen Engels, der dir Leid zufügen will. Man braucht das Herz eines Frosches. Den Kopf einer jungen Jungfrau. Haar und Blut einer schwarzen Katze. Ein Pentagramm aus Asche. Die verkohlte Leiche eines Fuchses. All dies muss zusammen in einem Topf oder Kessel mit reichlich Wasser gekocht werden. Wenn man den Trank dann zu sich nimmt, wiederholt man folgende Worte. Oh, was soll ich nur tun? Ich weigere mich, das zu tun. Das kann nicht gut sein. Vielleicht kann ich was anderes tun.